In diesen Strängen, in diesem Umlauf, ist die 1.195, Victor, 8-jährige Fallover-Schnitzung, werde ich mal danken, umsatztes Hambibusch für den Weibverein Flickrück. Wie fühlt sich sowas los? Man fühlt das so, ne? Also, mein Gewohn. Wie wird es richtig empfehlen? Ich glaube, auch gerade im Hakel. Da ist mein Bein aber im Hüschkind, die da gegangen sind. Ich weiß nicht, ob der Leute da gekommen sind, aber da bin ich noch mal gefühlt. Prost, die. Die ist rierend. Zeit. Applaus